Die WLAN-Mini-Überwachungskamera bietet mit ihrem 160-Grad-Weitwinkelobjektiv eine Auflösung von 1280x720 Pixel. Auf die Kamera kann weltweit per Tablet oder Smartphone zugegriffen werden. Auf einer bis zu 64 GB großen MicroSD-Speicherkarte können die Aufnahmen gespeichert werden. Sollte die Speicherkarte voll sein, werden dank der Endlosaufzeichnung die ältesten Dateien überschrieben. Die Aufzeichnung der Kamera kann per Bewegung oder Geräuscherkennung automatisch aktiviert werden. Bei der Aktivierung der Erkennung wird eine Push-Nachricht auf Ihr Handy gesendet. Die Kamera nimmt nicht nur den Ton auf, sondern überträgt diesen auch direkt auf Ihr Tablet oder Smartphone. Dies ist ein Test der Audioqualität aus einem Meter Entfernung. Dies ist ein Test der Audioqualität aus zwei Metern Entfernung. Sollte die Kamera gedreht werden, wird auch das Bild automatisch gedreht. Zeitgesteuerte oder manuelle Aufnahmen lassen sich direkt mit der App planen oder umsetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de oder folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung.